So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO bzw. eine neue Folge Max Out Monday. Letzte Woche gab es ja keine Max Out Monday Folge, weil davor das Go-Fest-Wochenende war, wo wir in Gera waren. Und ich habe dann einfach ein Ausbeute-Video zu Gera gemacht. Und wen das interessiert hat, für den gab es dann am Freitag, Samstag, Sonntag, also jetzt das vergangene Wochenende. Zusätzlich auch noch die Gera-Flogs. Wer es noch nicht gesehen hat, kann es sich gerne mal angucken. Wir waren in Gera unterwegs die ganze Zeit, habe da vieles abgefilmt. Thomas war dabei, Shenaya, Andrejka, Pupsi und ein Kollege da aus Stendal, den ich nicht kannte, aber den die Andrea kannte. Und hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Wir wollen aber jetzt natürlich das Go-Fest hinter uns lassen und zu den normalen Formaten und dem normalen Alltag zurückkehren. Deswegen jetzt wieder Max Out Monday. Und ich habe natürlich das Video nicht vergessen von vor zwei Wochen Max Out Monday, wo ihr eure Vorschläge abgegeben habt. Auf dieses Video werde ich mich heute wieder beziehen. Es gab auch nur 27 Kommentare. Ich möchte diesmal aber nicht nur ein Titel-Pokémon maxen, sondern gleich zwei Titel-Pokémon, die im Titel stehen. Und dann noch vier Vorschläge von euren Kommentaren, dass wir insgesamt wieder sechs Pokémon haben. Und ihr könnt wieder neue Vorschläge machen fürs nächste Mal. Gestern Abend ging die Abenteuerwoche zu Ende. Was war neu in der Abenteuerwoche? Wir haben hier Amarino gehabt. Amarino konnte man aus Eiern bekommen, aus Feldforschungen. Und am Sonntag war dieser Quest Day. Und während des Quest Days, der von 11 bis 15 Uhr ging, ist ja zwei Stunden Amarino wild gespawnt. Also man konnte das von 11 bis 12 Uhr und von 13 bis 14 Uhr wild fangen. Bei Balgoras war das genau andersrum. Das war dann also von 12 bis 13 und 14 bis 15 Uhr. Nur am Sonntag, nur am Quest Day. Ansonsten nur Eier oder Feldforschungen. Mein Ziel war es, von beiden 100% zu bekommen und von beiden genügend XL zu bekommen, um die heute am Montag zu maxen, damit wir uns das angucken können. Habe auch schon Kommentare gesehen. Hä? Woher die ganzen Bonbons? Da muss man doch viel spielen. Ich habe wirklich jeden Tag in der Woche gebrütet. Ich habe immer das Maximum gemacht. Morgen wird auch noch eine Eier vollgekommen. Ich habe natürlich am Quest Day viel gefangen. Ich habe gar keine Quests gemacht. Ich habe viel gefangen und mich wirklich auf diese zwei nur konzentriert. Ich habe viel getauscht auch. Deswegen habe ich ja auch beide als Lucky da. Für den Lucky Decks. Grüße an Hannes, mit dem ich gestern Abend noch ganz viel getauscht habe, um nochmal auch auf die Bonbons zu kommen. Und ja, wer viel spielt, egal wo, der wird halt dann irgendwann seine Ziele erreichen. Sagt man mal, was waren eure Ziele? Meine waren dann im Endeffekt das. Jetzt muss ich mich aber mal konzentrieren. Genau. Amarino. Das ist nämlich ein Hunderter. Und das ist aber auch ein Hunderter. Das musste ich natürlich gestern entwickeln, weil das kann man nur entwickeln, wenn es nachts ist. Wir können das natürlich auch mal anders machen, damit ihr das halt hier wirklich so seht. Also wir geben ja eigentlich immer ein Viersternchen und... Und? Ich habe immer noch... Viersternchen und Amarino. Da seht ihr, die Familie ist voll. Amarino wird so gelassen. Amargargar wird jetzt gepusht auf Level 50. Das ist das erste Pokémon für heute. Kommt auf sage und schreibe 3168. Sieht irgendwie richtig genial aus. Es ist ein Dinosaurier. Fertig. Wenn du da drauf drückst, wie sich dann hier das Kopfgefieder färbt und rumoxidiert, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Amargargar. Level 50 muss also wieder Hashtag dran. Pass auf. Erstmal hier 100 und dann erstmal Level 50. Ist er also auch abgefrühstückt. Hier wird es überhaupt vergessen, sehe ich gerade. Das 100 dran zu machen. Und der zweite natürlich dann, der Balgoras. Oder wie der heißt. Balgoras. Mit Entwicklung... Braucht man nix. Entwicklung... Also ich nehme immer den... Ich habe es ja noch nicht entwickelt. Das wollte ich jetzt für das Video machen. Wir nehmen also das höchste Balgoras, was wir haben. In 100%. Maxen das jetzt. Wir maxen es erst. Wir maxen es auf 1.848 WP. Und machen jetzt auch im Video den Pokédex-Eintrag. Ich sehe, viele haben den schon als Buddy. Die Entwicklung und Rennen mit... Zeigen den schön im Profil, dass sie die Entwicklung haben und durch die Gegend führen. Ich habe mir das jetzt aufgehoben und habe mir das jetzt hier geholt. Davon muss ich dann den Lucky noch entwickeln. Dass ich auch im Lucky Dex den vollständig habe. Monagoras. Habe ich das richtig? Ich kenne diese... Ich kenne das alles nicht. Ich kenne gar nichts. Monagoras. Okay. Gestein und Drache. Da muss natürlich auch wieder der Tag dran für Level 50 und 100%. Das ist das zweite Titelmonster. Passend zur Abenteuerwoche. Zum Abschluss der Abenteuerwoche wird der hier gemaxed. So. Jetzt geht es an eure Wünsche. Und wir gehen mal rein und gucken mal, was ihr so geschrieben habt. Wir müssen das natürlich sortieren nach Neueste zuerst. Vor zwölf Tagen hat das letzte Mal einer was geschrieben. Und jetzt hier vor 13 Tagen. Also zwei Tage lang wurde nur kommentiert. Ich glaube, ich sollte wirklich einführen, dass man nur einen Vorschlag in einen Kommentar machen kann. Und wenn einem halt später noch was einfällt, dann noch ein extra. Weil wenn immer einer kommt und 20 Sachen, dann ist das ja schon fast gewährleistet, dass wirklich was dabei ist von demjenigen. Aber man sollte ja vielen Leuten das... Ach, mach doch einfach, was ihr wollt. So. Sango wie Pitis. Jetzt muss ich erst mal schauen. Sango. Ich kann mich nämlich selber nicht mehr erinnern. Sango. Sango. Geht. Das heißt, wir nehmen gleich den ersten. Puschen Sango auf Level 50. Ich glaube, Shenaya hat ausführlich das Video geschaut, wo ich ja alle Level 50er Pokémon vorgestellt habe. Das war ja auch ein Zuschauerwunsch. Zeig mal alle, die jetzt schon auf 50 sind. Haben wir gezeigt. Und da hat sie genau gesehen, diese vier sind nicht dabei. Es wäre also jedes ein Hit gewesen. Da wir einen Vorschlag von Shenaya jetzt erfolgreich umgesetzt haben, machen wir natürlich nicht mit den anderen von ihr weiter. Die kann sie beim nächsten Mal vorschlagen. Also unter dieses Video schreiben. Und wir gucken nach Baloo. Baloo. Natu. Krebskorps. Sango. Blubella. Also fangen wir mit... Von Natu. Da würde man noch Xatu mixen. Natu Krebskorps. So, also ich... Immer die Entwicklungen. Immer die Entwicklungen. Aber wir geben mal kurz Natu ein und gucken mal nach Xatu. Xatu ist noch nicht gemaxed. Kann man also machen. Ist der erste Vorschlag gewesen. Mach mal so. Maxen hier. Fertig. Auf 2474. Also auch erfolgreich Baloo hier mit seinem Vorschlag. Und wieder der Tag dran für Level 50. Das heißt, wir haben nur noch zwei Pokémon. Ja. Nach dem Video geht es sehr gesittet zu. So wie ich sehe. Henry Nicky. Mein Vorschlag ist Lasho King in der normalen Form. Danke für das Pyroleo. Lasho King. Lasho King. Lasho King. Und Lasho King. Lasho King. In der normalen Form. Würde funktionieren auch. Weil das 50er Video kam doch erst nach dem Max Out Monday, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr diesmal einfach nur wirklich ins Schwarze getroffen. Lasho King also auch erfolgreich. Von Henry 2877 hier auf Level 50. Und das heißt, es gibt nur noch einen, der übrig ist. Und zwar. Mark niemals. Du hast Raupi und Smetbow, aber kein Safcon. Bitte auch auf 50 Maxen. Ansonsten Pixi oder Knuffelluff. Da wir ja natürlich nicht einfach die Familien, sondern wirklich nur, wenn wir keine anderen Vorschläge haben, auch die Zwischenfamilien angreifen, gucken wir lieber nach Pixi oder Knuffelluff. Damit wir den Mark noch ein bisschen schmoren lassen. Pixi. Pixi ist auch nicht gemaxed. Pixi wird jetzt gemaxed. Und damit ist es über der Hyperliga. Und wir sind schon fertig. Was war da denn los? Richtig kurze Folge. Sag mal, habt ihr die Motten gefressen oder was? Das verstehe ich jetzt aber gar nicht. Dass ihr jetzt so aufgepasst habt, auf jeden Fall. Sechs Stück waren das. Zwei von mir, vier von euch, direkt Treffer. Sechs Stücke gemaxed. Muss reichen. Aber ihr könnt Vorschläge machen wieder unter diese Folge. Ihr könnt ja mal kurz gucken. Grüße gehen raus noch an Insta. Paul FDR. Grüße an Pokemon Go King. Grüße an Kai Pötzsch. Grüße an Sarina. Grüße an Domenico Gricki, der immer nur Smileys macht. Grüße an BBG Black. An Lyrix Finn. An Lost Lift. An Timada. An Jonas Zock. Luca Haschler. Ich stinke. Gamer for Life. Luke Mon Go. Wenn eure Vorschläge jetzt hier nicht dabei waren, nicht traurig sein, schreibt sie einfach unter dieses Video. Denn nächste Woche Montag werden wir wieder sechs Stück maxen aus euren Vorschlägen. Die ersten, die was drunter schreiben, die werden natürlich zuerst genommen. Und wenn schon das gemaxed ist, dann gehen wir zum nächsten und gucken. Also das ist das Prinzip. Und vielleicht habe ich auch wieder einen Titel-Pokemon für nächste Woche. Ich müsste ja endlich mal Kyoko Groudon maxen. Da die ja jetzt da waren die ganze Zeit in den Raids. Aber ich wollte nicht alleine heute sechs Pokemon bestimmen. Ihr solltet auch dabei sein. So. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann heute Abend bei Chill mit Ramses. Da wird der Level 46 Account verlost. Wer da noch nicht mitgemacht hat, kann auch bis 21 Uhr kommentieren. Ansonsten, peace out, vorhaut, euer Ramses. Bis heute Abend und tschüss. Denkt dran, max out Monday. Ihr müsst noch was maxen heute.